Wir verlassen jetzt Nordafrika, Tunesien ist hinter uns, wir springen weiter auf einen anderen Kontinent. Wir springen nach Südamerika, genauer gesagt nach Lateinamerika, also auch Mittelamerika ist dabei. Und da begrüße ich ganz herzlich Andreas M. Groß, der erste Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika. Herzlich willkommen in Stuttgart. Ich vermisse allerdings deinen Partner. Du wolltest noch jemanden mitbringen. Ja, das Ganze sollte mit Kolumbien natürlich passieren. Es passiert auch mit Kolumbien. Kolumbien ist als Land heute bei der Pressekonferenz natürlich auch vertreten. Aber der Vertreter von Kolumbien, der Jeff, wie wir ihn nennen, Patruch Jeff, ist durch ein sehr plötzliches und sehr einschneidendes Ereignis ganz schlagartig verhindert, heute dabei zu sein. Und ich muss wirklich sagen, Kolumbien hat sich entschlossen, den Jeff zurückzunehmen, ihn mit seinen eigenen jetzigen Aufgaben richtig auch bei der Sache zu bleiben. Und ich darf für Kolumbien sprechen. In meiner Eigenschaft als Vorsitzender von der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika habe ich natürlich auch mit Kolumbien viel zu tun. Und deswegen haben wir also keinen Dialog mit Jeff. Aber ich freue mich, dass du da bist und dass wir natürlich auch ein paar Fragen der Jeff und ich in Ehrenabwesenheit beantworten können, die du vielleicht noch hast. Sehr schön, das mache ich sehr gerne. Aber bevor wir ins Land gehen direkt, gibt es noch eine Übersicht über die Arbeitsgemeinschaft, eine Präsentation? Ja, das ist mir recht wichtig, denn wir möchten natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen von der Presse ein bisschen näher bringen, wer wir sind, was wir machen. Und dafür haben wir einen kleinen Film vorbereitet, ohne Musik, den wir vielleicht ablaufen lassen können. Und ich werde dazu ein bisschen kommentieren. Bei der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika geht es um einen Zusammenschluss, der seit geraumer Zeit den gesamten lateinamerikanischen Raum für den deutschsprachigen Tourismus bedient. Und für uns ist dabei ganz besonders wichtig, dass wir nicht nur die Natur, die Hotels und die schönen ganzen Kulturgüter anmoderieren, sondern wir wollen als ARGE insbesondere den Kontakt von Mensch zu Mensch als Verein, als große Organisation unterstützen. Wir haben über 90 Mitglieder und fast alle Sparten des Tourismus sind dabei. Es geht also um die Verbindung deutschsprachiger Raum, Lateinamerika. Wie kriegen wir am allerbesten die Gäste mit den bestmöglichen Produkten nach Lateinamerika? Und wir machen sie dort besonders glücklich. Und ob es jetzt Reiseveranstalter sind, die TUI, Studiosos, Diamir oder große Fluglinien wie die LATAM, die bei uns Mitglied sind, ob es Hotelgruppen sind oder Reedereien, Aqua Expeditions oder Crucero Australis, hoch spezialisiert. Und die vielen DMCs, fast 50 Prozent unserer Mitgliederachse sind heute aus der Überseeregion Lateinamerikas. Es sind all diese Mitglieder, die sich natürlich auch auf Messen bei unseren Veranstaltungen, auf Roadshows zusammenführen und in der Pandemie. Und das ist im Moment für uns das Thema, um das es natürlich auch geht. Kann die Arbeitsgemeinschaft mit all den verschiedenen Aktivitäten, die wir mit unseren Mitgliedern zusammen für den Trade, wie die Damen und Herren in der Reisebüro-Branche, die Verkäuferinnen und Verkäufer, die Damen und Herren am Counter, denn irgendwann wird er auch wieder offen sein, die Schulungen durchführen, die wir bei der Arbeitsgemeinschaft schon so lange unternehmen. Und wir richten uns natürlich auch an die Presse. Nachdem wir nicht auf Messen gehen können, ist für uns gerade die Online-Arbeit enorm wichtig. Und da wir in diesem Jahr nicht auf Messen sind und auch keine Personen-zu-Personen-Veranstaltungen näherer Zukunft planen, haben wir auch in diesem Jahr kein eigenes Magazin herausgegeben. Aber unser Magazin, das man auch online lesen kann und das auch immer noch materiell vorliegt, wir verschicken das auch noch viel, ist über unsere Website zu finden. Und wir sind mit unserer Website genauso präsent, wie wir es auf Facebook, mit YouTube beiträgen oder mit unserem eigenen Kanal, wo sich unsere Mitglieder austauschen, Latino Red, präsent sind. Es ist eine herausfordernde Zeit und ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist für die Arbeitsgemeinschaften, jetzt in der ganzen Zeit besonders tätig zu sein. Starke Gemeinschaft, starke Ziele, das ist die Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika. Und die Ziele sind, den Tourismus möglichst dorthin zu fördern, wo wir Lateinamerika auf der Landkarte finden. Nun gibt es neben der AG Lateinamerika noch weitere Arbeitsgemeinschaften. Mir fällt da die AG Karibik zum Beispiel ein. Es gibt sicher noch weitere. Natürlich. Schätzt du denn die Bedeutung dieser Arbeitsgemeinschaften ein und gibt es da auch eine übergreifende Zusammenarbeit? Wir sind gerade durch die jetzige Situation stärker in den Dialog miteinander gekommen. Die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, da ist die Karibik, richtig, da ist Afrika. Da gibt es natürlich auch den großen Zusammenschluss aller, die sich um die USA als Zielgebiet bemühen. In der Trump-Zeit eine große Herausforderung. Und das sind Dialogpartner von uns. Wir sind auf dem Weg auch dabei, ein bisschen mehr gemeinsame Aktivitäten ins Auge zu fassen. Denn uns vereint als Arbeitsgemeinschaften natürlich immer wieder ein Ziel, die Brücke zu bauen zwischen der Destination, dem eigentlichen Zielgebiet, wo es hingehen soll. Afrika, Asien, USA, Lateinamerika und den vielen unterschiedlichen Interessenshaltern, den Airlines. Die Mitglieder sind bei uns in unterschiedlicher Form. Bei der Karibik sind es sehr viele der Inseln, der Länder, der Nationen, die natürlich auf diese Weise auch einen Fuß in der Tür haben und nicht ihre Botschaften bemühen müssen, wenn sie gerade eine haben. Diese Zusammenarbeit allein schon deutlicher zu machen, auch bei unserem Außenministerium, auch in den Stellen an der Presse, wo die Hebel gelegt werden, um mehr Kommunikation für die Destination möglich zu machen. Da wollen wir gerne ein bisschen mehr machen. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich nirgendwo die Interessen einer Destination im Tourismus so sehr bündeln wie in einer Arbeitsgemeinschaft. Denn dort haben wir vom Kleinunternehmer bis hin zur TUI, von einem Miniland bis hin zu Ländern wie Brasilien oder USA oder Giganten, die sonst auf dem Markt tätig sind, alle Kraft geballt, die uns in der Kultur, in der Politikarbeit und natürlich im übergreifenden Tourismus nützlich sein kann, um Dinge zu erreichen. Ob das Länderhinweise sind, Warnhinweise vom Auswärtigen Amt, ob es Gesundheitsfragen sind, ob es Grenzfragen sind, die geklärt werden sollen. Alle diese Sachen sind für uns relevant als Arbeitsgemeinschaften. Und ich denke, je mehr wir wahrgenommen werden als eine für alle nützliche Institution, desto weniger müssen wir uns darum fürchten, dass unsere Länder, dass unsere Firmen und alle unsere anderen Mitglieder in einer Zeit, wo das Geld knapp wird, nicht mehr mit uns zusammen an der Front stehen wollen, weil einfach ein Mitgliedsbeitrag auch in die Kasse ein Loch hineinreißt. Kein sehr großes im Verhältnis, aber in dieser Zeit zählt jeder Cent. Und das ist einer der Gründe, warum wir als Arbeitsgemeinschaften natürlich auch den Akzent ganz deutlich auf das legen wollen, wofür wir stehen. Das ist eine starke Gemeinschaft, starke Ziele und da lohnt es sich auch Mitglied zu sein. Und natürlich ist das in einer Phase, in der wir uns jetzt befinden, enorm wichtig für den Neustart. Dennoch, er konkurriert ja doch um den Endkunden. Es geht am Ende immer genau um den Reisenden, wie hier auf der CMT natürlich in der ganzen Tourismusabteilung ist auch das Allerwichtigste, der sogenannte Endverbraucher, der Reisende. Und egal, ob es ein Hotel ist oder ein Reisebüro, am Schluss ist es der Reisegast, der das Geld in die Kasse bringt. Und auch wenn jetzt nicht gereist wird und alle darüber spekulieren, wann wieder gereist werden darf, soll und kann, ist letzten Endes jetzt die Vorbereitung des Reisenden auf all die schönen Ziele, die ihm zur Verfügung stehen, zum Baden, für Kultur, für Nah- oder für Fernreisen, eine der primären Aufgaben, die wir leisten wollen. Als Arbeitsgemeinschaft, als Veranstalter, aber natürlich eben auch ganz besonders als Zielgebiet. Und wie vermeidet man da Konflikte, wenn es um den Endverbraucher geht? Da gibt es sicher die Interessen, Stärkeinteressen. Es gibt auch Länder, die wahrscheinlich nicht so stark sind finanziell, die vielleicht durch den Rost rutschen. Wie vermeidet man diese Sachen? Ich denke, dass gerade an einer Arbeitsgemeinschaft der Vorteil ist, dass ein riesiges Land mit gewaltigem Budget sehr wohl eine ganz andere Präsenz auf dem Markt zeigt. In Lateinamerika merken wir im Moment, dass Costa Rica zum Beispiel sehr präsent ist, aber auch Kolumbien. Und davon profitiert vielleicht Uruguay nicht unmittelbar. Sehr wohl aber sind alle, die mit Lateinamerika im Geschäft zu tun haben, in der einen oder anderen Weise mit vielen anderen Zielgebieten ja auch verbunden. Sodass es zum einen in jeder Arbeitsgemeinschaft ein gewisses Konkurrenzhandeln und Denken gibt. Aber das Wort Gemeinschaft zeigt eben auch, dass wir viele Dinge gemeinsam als Plattform bilden können, die am Ende allen dienen. Und das ist für uns im Vorstand das Wichtigste. Das müssen wir hinkriegen. Wir müssen schauen, dass wir nicht nur Sachen machen, die einer kleinen Gruppe oder einem Land dienen. Dann soll das Land das bezahlen. Dann organisieren wir das. Aber wenn es etwas ist, was die Gemeinschaft macht, dann wünschen wir uns eine Wahrnehmung, wie in unserem Gespräch, in der jeder letzten Endes ein bisschen davon profitiert, dass wir besser im Fokus sind, mehr wahrgenommen werden. Und natürlich ist dann auch jedes einzelne Mitglied viel besser aufgestellt in der öffentlichen Wahrnehmung. Und um den Kunden konkurrieren wir alle. Ob wir Südafrika heißen, ob es Thailand ist, ob es Costa Rica oder Kolumbien sind oder die USA oder die Schweiz oder das Allgäu. Alle wollen den Endverbraucher, alle wollen den Reisenden. Und er wird sich vielleicht in Zeiten wie diesen noch genauer überlegen, wann er wohin möchte, selbst wenn er schon überall hin darf. Und diese Konkurrenz auf dem Markt ist beflügelnd. Sie tut uns gut. Und sie gibt letzten Endes auch dem Endverbraucher, auch dir und mir als Reisenden, die perfekte Auswahl. Andreas, dann lass uns auch ein bisschen über Kolumbien sprechen, wenn du es schon angeschnitten hast. Das tun wir gerne. Kolumbien ist einfach super. Ja, was gibt es Neues? Das Neue ist, dass es in Kolumbien Gott sei Dank nichts Neues gibt. Denn das, was wir etabliert haben, schon in den letzten Wochen in Kolumbien und über Kolumbien, hält sich und wird weiterhin ausgebaut. Kolumbien ist nach wie vor dabei, seine ganzen biohygienischen Maßnahmen auszubauen. Jedes Land, mit dem wir im Moment im Tourismus zu tun haben, gibt sehr viel Geld aus. Und jedes Land investiert sehr viel in die Bewerbung seiner großartigen Biohygieneleistungen. Man möchte gut dastehen. Man möchte seriös erscheinen. Bei manchen ist man sich nicht so sicher. Ist das auch so solide, wie es jetzt in der Werbung sich darstellt? Im Falle von Kolumbien muss man sagen, dass es kein Zufall ist, dass sie mehrere Preise innerhalb Südamerikas und innerhalb der amerikanischen Länder gewonnen haben. Was die Konsequenz der Maßnahmen, beginnen mit Maskenzwang und sanitären Säuberungsaktionen bis hin zu Schließungen oder Öffnungen von verschiedenen Institutionen, Museen, Schulen und so weiter gemacht haben. Kolumbien ist in der Hinsicht auf dem Kontinent eines der maßgeblichen Länder, was Biohygiene betrifft. Das ist nicht wirklich etwas Neues im Verhältnis zum Dezember. Aber wir sehen mit Befriedigung, dass es erstens Effekt hat und zum Zweiten sich auch in der Wahrnehmung bei Reisenden positiv niederschlägt. Nach wie vor fliegt die Lufthansa regelmäßig von Frankfurt nach Bogotá. Wir gehen davon aus, dass das auch so bleiben wird. Und Kolumbien ist damit auch für den südamerikanischen Kontinent und die Verbindung nach Deutschland eine ganz wunderbare Achse geblieben, die es vorher schon war. Aber im Moment ist es noch wichtiger. Etwas anderes, was in Kolumbien sehr interessant ist zu verfolgen, wie schon vor der Pandemie das Land einfach erkannt hat, dass es zwei wesentliche Punkte gibt, für die Kolumbien in Zukunft weiter arbeiten möchte. Im Zusammenhang mit Tourismus, aber auch der eigenen nationalen Interessen. Sicherheit und Nachhaltigkeit. Und bei der Nachhaltigkeit knüpft Kolumbien insbesondere an die enorme Biodiversität des Landes an. Und ich kenne Kolumbien gut. Ich war das erste Mal 78 dort. Also ich bereise das Land seit über 40 Jahren. Und in der Tat, wenn man ganz Amerika kennt, von Alaska bis Feuerland, so wie ich, kann man auch vergleichen. Das Besondere an Kolumbien ist, dass es auf einem relativ kleinen Raum für südamerikanische Verhältnisse mit relativ viel Bevölkerung für südamerikanische Bevölkerung, dreimal so groß wie Deutschland, aber nur knapp 50 Millionen Einwohner, ist Kolumbien von einer Bandbreite der Naturräume wirklich überzogen, wie wir sie sonst in der Form in der ganzen Welt kaum finden. Kolumbien ist das zweitstärkste Land in Biodiversität weltweit. Es hat den Pazifik und den Atlantik als Küsten, was sehr unterschiedliche Biotope darstellt. Und Kolumbien hat von Höhen bis zu 5000 und mehr Metern so ziemlich alles, was die Tropen von heißen Sandstränden bis zu vergletscherten Gipfeln bieten können. Und das macht letzten Endes die Natur so reich. Das Tolle ist, dass in allen bewohnbaren Regionen Städte, Kulturen und immer noch zum Teil sehr starke auch indianische Präsenz zu finden ist. Wir also damit eine Diversität haben, die auch in der urbanen, in der ländlichen, in der kulturellen, menschlichen Dimension sich fantastisch abbildet. Ob das Bogotá ist oder Cartagena, was auch immer. Und es sind die besonderen Richtlinien, die Kolumbien jetzt zum Schutz und zur weiteren Zugänglichmachung der Natur, ohne sie zu zerstören, durchführt. Es werden Guides ausgebildet, es werden mehr Naturschutzparks eingerichtet. Es geht darum, zu sehen, zu lernen, zu erhalten und die eigenen Schätze zu genießen. Eine Idee, die die USA im 19. Jahrhundert mit ihren Nationalparks hatten und mit dem Ranger-System, das aber Kolumbien auf einer extrem modernen und sehr fortschrittlichen Form jetzt umsetzt. Das hat der Tourismus im Moment nicht wirklich als Basis, weil kaum Tourismus stattfindet. Nachhaltigkeit ist aber genau das, ein nachhaltiges Handeln. Und wir werden über die Pandemie hinaus mit Kolumbien rechnen können als einem der primären Naturziele in den Tropen Amerikas, in den Tropen generell. Da wird sehr viel getan, das finde ich auch ganz großartig. Und Kolumbien wirbt nach wie vor mit seiner Vielfalt für sein Land. Dass wir einen wesentlich besseren gesamtpolitischen Horizont heute im Land haben, ist auch ein grandioses Ergebnis, das sich Gott sei Dank nicht geändert, sondern gefestigt hat. Und der Friedensprozess ist in Kolumbien auch eine der maßgeblichen Highlights gewesen, die in den letzten Jahren auch in ganz Lateinamerika gezeigt haben, dass es auch solche Wege gibt. Wir haben einen kleinen Film, den der Jeff für Kolumbien vorbereitet hat. Und der Film ist auch so eng geschnitten, dass Kommentar, glaube ich, nur mit einem geschossenen Stichwort möglich ist. Dann schauen wir doch mal rein. Und die Kolumbianer wollen uns hier kurz geschnitten, einfach ihre schönen Landschaften, die tollen Städte und Vögel. Naturbeobachtung zeigen. Über tausend Rhythmen rühmt sich Kolumbien zu Recht und die vielen unterschiedlichen Biotope. Bis hin zu den Kolonialschätzen, die die verschiedensten Städte Kolumbiens auch weisen, über den guten Kaffee hinaus, bis zum Amazonas, wir haben ihn gerade gesehen, sind die Trumpfkarten, mit denen das Land international punkten kann. Jeff hat noch ein paar von seinen Lieblingsmotiven dazugehängt. Und ich kann gut verstehen, dass er dieses Bild ausgewählt hat. Axel, das ist die Kaffeeregion. Und ich versichere dir, wenn wir beide hier unterwegs wären, wir würden unbedingt mit dem Jeep fahren wollen. Einfach eine heiße Kiste. Damit geht es über Stock und Stein und in die hintersten Ecken. Ich glaube, der Film müsste jetzt noch weiterlaufen. Läuft nicht mehr weiter. Das war er dann. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir haben in dem kurzen Schnitt gesehen, worauf es Kolumbien ankommt. Natur, unglaublich viel Diversität in der menschlichen Zusammensetzung. Wir haben noch recht zurückgezogene Indianergruppen. Wir haben aber auch einen enorm hohen Anteil an afrikanisch-kolumbianischer Bevölkerung. Und das bildet sich natürlich auch in der Musik ab. Der Musikanteil, der sogar noch rein afrikanisch-karibisch ist, ist erstaunlich hoch, besonders an der Küste. Und ansonsten merken wir es durch die ganze Popmusik bis zu Shakira. Ein anderer Faktor, der ebenfalls sehr wichtig ist in Kolumbien, sind die enormen Kulturgüter der Archäologie. Alle reden vom Gold, gerade in Bogotá das Goldmuseum. Aber weit über die Goldschätze hinaus hat Kolumbien bemerkenswerte archäologische Schätze, die ein bisschen abgelegen und deswegen besonders schön gelegen sind, San Agustin, und definitiv auch eine eigene Reise wert sind. Wir haben also damit mit Kolumbiens verschiedensten Kulturschätzen, und jeder kennt Gabriel García Márquez, dem Nobelpreisträger für Literatur, dem großen Märchenerzähler, dem großen Geschichtenmacher Lateinamerikas, ein Kolumbianer, haben wir auch ein Beispiel für den Tiefgang, den das Land bietet. Du hast ja gesagt, du bist seit 1978 eigentlich immer mal wieder in Kolumbien unterwegs. Gibt es denn trotzdem irgendwelche Highlights oder Spots, wo du dich gerne aufhalten würdest oder wirst? Die sind natürlich sehr persönlich. Wenn man Jeff fragt, das weiß ich, der will immer an den Pazifik, weil da die Buckelwale springen und er mit seinem Stand-up-Surfbrett da. Nichts für mich, zu gefährlich. Für mich ist es Bogotá, denn Bogotá ist die Hauptstadt. Dort oben ist die spanische Kolonie auch mehr oder weniger erstanden, in Bacatá auf der Hochebene. Deutsche Konquistador, Nikolaus Federmann und andere Exoten waren dabei. Das Goldmuseum in Bogotá, die vielen bemalten Wände, Kunst, Street Art, eine unglaubliche Dynamik an Bars, an Restaurants, an Bewirtung. Bogotá ist genial. Das andere, was ich liebe, ist Cartagena de Indias, eine Kolonialstadt wie keine andere, direkt an der Karibik. Du hast das Gefühl, Errol Flynn kommt gleich um die Ecke. Piratenszene und San Agustin, die große archäologische Zone im Süden mit den fantastischen Grabskulturen, die es kein zweites Mal in Amerika gibt. Ich merke schon, du hast uns jetzt viel Appetit gemacht. Dennoch müssen wir leider jetzt hier abbrechen, weil die Zeit abgelaufen ist. Andreas, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dein Kommen, für die Information und auf ein Neues. Wir freuen uns, dass wir hier auf der CMT mit euch zusammen zumindest Präsenz zeigen konnten. Kolumbien freut sich auch hier auf diese Weise mit der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika, ein bisschen was zu seiner Bekanntheit noch dazu beizutragen. Alle Fragen, die wichtig sind, bitte direkt an die Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika, über die Website und an Kolumbien, über Jeff Patrushev. Ich danke ganz herzlich und ich wünsche euch weiter viel Erfolg. Herzlichen Dank. Vielen Dank.